alles geklappt der bank so wo hast du jetzt ein pfeil und ein bogen bei pfeil beim bogen habe ich einstellen ok wir gehen jetzt mal tiere jagen wir müssen ein bisschen geld machen ok ok gold 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 da bist du ja mein schatz du siehst toll aus ich habe die schönste die frage pass mal auf wenn wir jetzt so kann ich abknallen warte mal ganz kurz papa der gold muss ja noch was essen kann ich mir im stall hier kurz kann ich mir da was kaufen muss ich mal gucken ob der mann da ist weil hä scheißesel hat er hat er er ist geklaut worden wir haben diese nacht hier in zum zelt da vorne geschlafen da ist er geklaut worden von irgendwelchen typen die kampe haben keine ahnung das ist ihr pferd das ist kein pferd das ist ein esel aber ich meins ja das ist ein esel das ist äh das ist so wie meine frau und mir was da raus kam mein sohn was machen sie jetzt ich will nur kurz genau gucken hä haben sie revolver natürlich wo 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 kann ich die pistole kaufen ja hier im waffenlohn ich will kosten konnten der eine 55 der andere 60 cent oder dollar 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 so viel habe ich nicht ne das ist aber teuer hier ne ne hörn sie mal junger mann darf ich dir was fragen ja natürlich passen sie mal auf ich habe jetzt äh mein sohn und ich wir wollen jagen gehen ein paar hasen und sowas ne so wenn wir jetzt die hasen geschossen haben ne mhm halt kann man die ja dann hier verkaufen und das fällt auch ne kriegt man ja ein bisschen was ne ja ok das wollte ich noch wissen ok ja also sie sollten die tiere direkt nach dem erlegen auch direkt ausnehmen ne wie ausnehmen was haben die denn dabei also hasen kann sie an die seite von dem pferd binden wenn sie einen sattel hätten wenn ich einen hätte ne und wenn sie die nicht ausnehmen dann kann es sein dass die verderben und dann bringt es halt nix also dann haben sie zumindest noch den pelz und das fleisch gesammelt sie haben aber schöne pistolen ne sind die teuer als ihre jetzt meine ich hm ja ja können sie damit auch gut umgehen ähm ja schaffen sie es da vorne den vogel abzuschießen der hier auf dem auf dem mast da vorne sitzt wobei waren sie denn da ja das war interessant wo haben sie den gelernt ja das kann es sogar mit waffe achso geht dann auch mit ja das ist natürlich jung ja ja wo ist denn ist mein kleiner betziger da hinten läuft der wieder rum der weiß wieder nicht was er machen soll ja haben sie auch Kinder nein seien sie froh ich könnte würde ich meinen abgeben ich muss tatsächlich sagen glücklicherweise nicht wollen sie Kinder haben ob ich jetzt eins haben möchte ja können meine haben wenn sie wollen also ich hätte grundsätzlich schon Kinder aber nicht jetzt sofort sagen wir es auch achso Papa pass mal auf Junge guck mal was den Mann dafür trägst dran guck mal da ja Papa mir irgendwas passiert halt mal deine Schnauze guck mal der Mann da guck oh 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 Hilfe oh Scheiße war interessant Was ist denn sie Junge was hast du gemacht du hast mich wieder angeschrien du darfst dich mal unterbrechen wenn erwachsene Leute sich unterhalten ich bin auch erwachsen du hast gerade mal drei Haare am Sack du bist elf Jahre alt ich bin erwachsen ja du bist erwachsen ok was ist ich hab Gold wollte ich was zu essen holen jetzt ist der höflichste da reingesprungen ich krieg den nicht mehr raus wer ist reingesprungen ja der Gold so jetzt probierst du aber Gold komm Gold ja guck guck mal da ist er doch tja Papa irgendwie hab ich nichts zu essen bekommen dort ne Revenger grüß dich wie geht das denn ähm ich hab doch gestern das Pferd auch gefüttert also den Esel so auf geht's Papa auf zu jagen ein Moment bitte ein Moment bitte ja der Herr der da gerade geschossen hat ja haben sie ihm erzählt äh irgendwelche Vögel haben sie angegriffen ich hab unterhalten Papa hast du dem was erzählt ja ich hab was erzählt vom Vögeln ja richtig ich war im Stall mit Gold ich hab was erzählt vom Vögeln das ist richtig ja Vögeln ist immer gut Vögeln ist immer gut ja immer gut aber ne irgendwelche Vögel haben ihr Kind angegriffen wollten ihr die Augen auspicken und deswegen hat er dann geschossen stimmt das ja richtig kann ich kann ich beschwören ja ja wirklich natürlich seh ich nicht aus weil ich würde ich lügen ne ok der Mann sagt das stimmt das stimmt ja ja die Vögel haben den kleinen Jungen angegriffen ja natürlich und der Herr hat das Kind quasi gerettet ja welches Kind was da auf dem Pferd sitzt achso mein Sohn ja richtig achso ihr Sohn ja das mein ich ja ok alles klar ja sehr gut krieg ich mein Geld jetzt von dem Mann oder wat welches Geld ja das ich ja gesagt hab was für Geld er hat es nicht gesagt ich weiß es nicht was 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 für Geld er hat gesagt ich krieg 5 Dollar wenn sie das sagen ja hat er gerade gesagt wat danke Sir ja sie dürfen jetzt rein gehen ich brauch schon saufen hey dbg du musst doch dein Esel mitnehmen wir haut mal lieber ab wieso감이 warum Wieso kann ich jetzt nicht aufsteigen warum wieso geht das nicht wieso kann ich nicht aufsteigen warum wieso Papa? Ja, Junge? Hast du wieder Schabernack getrieben? Nee, aber mein Esel, das ist... Der steigt doch auf! Endlich mal wieder hier. Hoffe, es geht gut. So, komm, Junge. Warum hast du eigentlich keinen Sattel? Ja, das weiß ich noch. Okay. Was kostet so ein Sattel? Ich hab nicht viel bezahlt. Zwei Dollar oder so. Da, bei dem Mann da oder was? Im Stall? Im Stall, ja. Warte. Haben die den jetzt mitgenommen, den Mann, oder was? Howdy! Ja, ja. Haben die den Mann jetzt mitgenommen, lieber Chad? Ja, haben sie. Scheiße. Och, Herr Arm. Konnte ich nichts für, oder? Konnte ich nichts für. So. Ach, das lag an der Decke hinten drauf, ne? Oder? Die ist nämlich jetzt weg. Meine Lampe ist auch weg. Ach, warum ist die weg? Ich komme, das ist gut für ihn. Selbst Hot Noob, wie geht's? Dir, Bane. Ich bin, glaube ich, hier aus, ähm, Ausfallenthalen. Guten Tag, Gentleman. Guten Tag. Sehr. Oh, der ist ja süß. Kommt der auch mitjagen? Na, klar. Oh, ist das Yoga? Das ist ein Husky. Willst du auch einen Hund tun? Ja, Papa. Hast du noch Geld? Ah, das ist dein Daddy? Ja, das ist mein Papa. Ja, ich bin der Vater von dem missratenen Pengel. Der hat sich jetzt aus dem Waisenhaus geholt. Der ist doch ganz nett. Ja, das sagen sie jetzt. Warten Sie ab, wenn Sie mit dem alleine sind. Ja, den müssen Sie doch erst mal, der muss doch erst mal erwachsen werden. Was, der hat schon mehr Haare am Sack wie ich? Drei Haare habe ich gehabt. Die Dame hat mir die weggeschnitten. Ja, aber ist das jetzt ihr Problem oder sein Problem? Ja, das wird manchmal schon mal ein Problem, weil der erzählt dann dauernd von seinen Haaren. Ja, weil ich stolz bin, Papa. Die hat ja die Haare vom Sack geschnitten? Ja, weil ich hatte Probleme mit meinem Haaren. Ja, ich wollte da dann auch anschließend hin, aber die Frau war nicht mehr da. Warum waren es drei und eins davon tropft, oder wie? Nee, das war so. Nachdem das dritte Haar gewachsen ist, hat mir die auf den Kopf ausgefallen. Oh, ach so. Und dann hat die Frau gesagt, wenn die mir die wegschneiden tun, dann wachsen die auch oben wieder. Das ist Quatsch. Ist aber passiert. Guck, meine Haare. Wieder da. Du musst nur ganz viel Wildschwein-Fett auf die Zonen schmieren, oder? Wo das wachsen soll. Jetzt sagen sie mir nicht so weit, er sollte sich hier irgendwas Wildschweinfett an Eier schmieren, der macht dann die ganzen Tage jetzt. Aber Papa, ich will doch auch so viele Haare haben wie du. Ja, nee, hör mal auf. Da wachsen die richtigen Borsten dann, ja. Nee, wenn die Frieda mich dann sehen, tot ist die bestimmt stolz. Soll ich mir was sagen? So Erziehung von so einem Bengel ist richtig schwer. Ich bin doch ganz netter. Ja, das stimmt, wenn du schläfst, auf jeden Fall. Aber Wildschwein hast du schon mal gesehen, Timmy, oder? Nein. Du hast noch kein Wildschwein gesehen. Ich habe noch kein Wildschwein gesehen. Wir wollten jetzt jagen gehen, wir haben eine schweine Bogen. Ich kann jetzt jagen, ich werde großer Jäger. Musst du dir mal anschauen. Wenn du so einen Bart hast wie ein Wildschwein, dann bist du auf jeden Fall perfekt. Dann stehen die Frauen auf mich, statt? Natürlich. So, nicht nur die Frauen. Nicht nur die Frauen? Wer denn noch? Nee, wer denn sonst? Wer denn noch? Die Schämpfers stehen auch auf sowas. Die was? Die Schämpfers? Ja, natürlich. Oh, hast du gehört, Papa? Ja, ja. Ich muss Wildschweine angehen. Ja, wissen Sie, wo wir Wildschweine finden? Ja, natürlich. Oh. Ist gleich. Fragen Sie den Herren. Wo finden wir Wildschweine? Ja, die finden Sie eigentlich ziemlich direkt vor Strawberry. Ein bisschen weiter im Norden. Strawberry im Norden. Ja, genau. Kurz davor, da laufen die meistens rum. Aber aufpassen, da könnte es auch sein, dass Ihnen ein Bär über den Weg läuft. Ach so. Bär. Ich habe schon lange kein Bär mehr gesehen. Kein Bär. Das glaube ich. Naja, der letzte, den ich gesehen habe, der begleitet mich jetzt jeden Tag. Das ist aber ein großer Bär gewesen. Naja, so ist es gegen. Ja. In welche Stadt sollen wir nochmal kommen? Ich habe es wieder vergessen. Strawberry, oder wie das? Ja, genau. Der hat was anderes gesorgt. Das Erdbeerdorf. Erdbeerdorf. Ja, genau. Das kannst du jetzt besser merken, vielleicht. Ja, das kann ich mir besser merken. Siehst du? Okay. Okay, wir müssen los, sonst ist die Sonne gegen uns. Wir müssen los, die Sonne geht bald runter. Hat mich gefreut. Schönen Tag noch, die Herren. Ich habe einen Gleifel zu gehen. Komm, Junge. Wiedersehen. Ziemlich nette Leute hier, ne? Ja, den kenne ich. Wie, den kennst du? Wer kennt sie? Du bist ein Freund von mir. Was, seit wann das denn? Seit wann hast du denn Freunde? Hab schon viele Freunde. Achso. Ja. Erfolia, dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Immer hilfsbereit. Für den Re-Sub. Dankeschön. Und dann haut sie noch ein Saftgeschenk raus. Der Deputy hat mir vier Dollar gegeben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Howdy. Howdy. Ja. Was ist das Geld von deinen Männern bekommen? Ne, vom Deputy. Vier Dollar. Was musstest du dafür tun? Gar nichts. Ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Lügst mich auch nicht an, ne? Nein, ich lüge. Ich hab nur gesagt, dass ich Futter brauch für Gold. Dann hat er mir fünf Dollar gegeben. Aber Junge, komm mir dazu vor, oder brauch mir manchmal hier richtig lange, bis wir hier überhaupt mal aus dem Kaffee rauskommen? Ich hab das Gefühl, warum kommt das immer nicht vom Fleck? Ne, nicht wirklich. So, warte. Lass Papa mal auf die Karte gucken. So, man hat Faltkärtchen rausgeholt. Warst du dein Licht nicht mehr? Ne, ist weg. Grüß Sie. Guten Tag. Guten Tag. Kleiner Mann. Ja. Wie alt bist du? Papa? Mein Sohn, guten Tag, mein Sohn ist elf. Elf bin ich. Okay, kleiner Mann und großer Mann. Wie lange sind Sie hier im Lande, wenn ich frage darf? Oh, doch nicht so lange. Zwei, ein Mond oder so, eine Sonne. Deswegen frage ich, weil Sie haben ein Licht. Machen Sie das Licht lieber ab, denn sonst sehen Sie Bandite aus weiter Entfernung und würden Sie eventuell ausrauben. Seien Sie keine Idiote und lieber ein bisschen dunkle Land dabei, als mit Licht und dann ausrauben. Ich dachte, Ruhel sieht dann vielleicht besser, wo er hin will. Genau, und die Banditen sehen auch besser, wo er hingehen müsse. Oh, da haben Sie natürlich recht. Oh, das ist Dankeschön für den Typ. Dankeschön, das werden wir Ihnen nichts machen. Kein Problem. Ja, sobald wir rausreiten, macht das Licht aus. Alles klar. Nur, dass Sie bereit sind, Sie kleiner Tim. Dankeschön, sehr nett von Ihnen. Bleib mir gesund. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Komm, Junge. Wo ist dein Licht, Papa? Das habe ich da im Stall gelassen. Ja? Ja. Jetzt sag nicht, du willst schon wieder zurück zum Stall. Ja, komm. Papa, wie mache ich denn mein Licht ab? Ja, jeder hat wegpräge da, bei dem Stall, Mann. Ach, falsch. Hier kommst du nicht raus aus dem Kaff. Das ist... Weißt du, das ist wie mit diesem berühmt-berühmten Dreieck. Das ist wirklich so Dreieck hier. Können wir CW? Ich behalte mich heute. Altimeter. Hier kommst du nicht raus aus dem Kaff, ohne Scheiß. Immer wieder was Neues. Ich glaube, bei mir hat er das automatisch gemacht, wo der den Sattel jetzt draufgezogen hat. Da war hinten die Decke weg. Am Popo vom Pferd. Und das Licht war weg, wo ich den Sattel drauf gemacht habe. Mit dem Pfeil und Pogen, das gehe ich jetzt mit Papa üben. Ja, perfekt. Das bringt der Papa dir bestimmt gut bei. Der Papa kann das bestimmt. Total toll, stimmt's, Papa? Was, Junge? Mit Pfeil und Pogen. Ja, natürlich. Natürlich kann alles. Ja, deswegen mache ich mich jetzt wieder los, sonst komme ich nicht mehr heute. Ja, Junge, wir haben immer noch kein Heu. Wo gibt's denn das Heu, Papa? Ja, was weiß ich hier. Der Typ hier vom Stall, der hat nix ausverkauft. Also in Zorn Reni gibt's auf jeden Fall Heu. Zorn Reni, ja. Da waren wir noch nie. Scheiße. Da waren sie noch nie. Vielleicht sollten wir erst mal da hin und... Ja, komm, wir sind rechts, Kaffee nicht weg. Ja. Ja, komisch, ne? Ja. Aber ich weiß es wie verhext. Ja, manchmal irgendwie ist es ganz komisch, ja. Nimm mal los und beständig kommt mal nicht los. Hm. So, Laterne, wenn fertig da ist, hat das auch wieder hier. So, komm. In Zorn Reni finden Sie auf jeden Fall alles, was Sie herzbegehren haben. Okay, danke schön, Junge. Ich gebe Ihnen einen Tipp, geben Sie nie da eine Laterne im Stall ab. Und ein anderer Tipp, äh, kaufen Sie in Zorn Reni reichlich Wasser. Das ist, äh, das günstigste Wasser, was Sie kaufen können. Oh, danke, das ist ein guter Tipp. Ja, reißen wir da mal hin. Was sind bloß 40 Pennys, du hast? Oh, das ist hier teurer. Wie, 40, 40 Pennys? Oh, Entschuldigung. Uh, warte mal, wie viel habe ich noch? Warte mal. Ach, du Scheiße. Papa, ich habe noch einen Dollar, wie viel hast du noch, Junge? Vier Dollar. Guck mal, wir müssen eigentlich hier zu den Sheriffs, weil die uns ja gestern überfallen haben, unser Geld abgenommen haben, ne? Papa, das machen wir aber nicht hier in der Stadt. Nee, nicht hier, machen wir in der anderen Stadt. Komm, Junge. Okay, danke schön. Danke schön. Alles klar, gute Reise, ne? Ja, Ihnen auch schön. Ja. Komm. Weißt du, weil Papa? Was denn, Junge? Als ich die Laterane abgemacht habe, hat er mir alles abgemacht. Ja, kenne ich, Junge, ja. Sattel, alles. Ja, kenne ich. Alles weg. Ja. Und da hat der Mann zu mir gesagt, das ist dem auch passiert, wo der Held das alles verkauft ist und jetzt alles weg ist. Ja. Muss ich alles neu kaufen. Warte, jetzt mal mal auf der Karte gucken, wo das überhaupt ist. Was hat der Mann gesagt, wohin? Papa, können wir nicht erstmal rausreiten? Warte doch mal, was hat der Mann denn gesagt, wo das ist? Sand, Junge. Sand, wat? Deniz? Sand, Renier. Ja, das ist hier unten, glaube ich. Ja, Gold, lass es raus, wenn du musst. Ja, das war weit, komm. Das war ein kleines Stück Karamell. Hast du noch süßes? Das war mein letztes Stück Karamell. Hast du kein Stück Karamell jetzt? Nein. Also. Nur kurz in das. Keiner Sommernacht am Rande der Prärie. Da, da. Zwei Cowboys saßen Arsch an Arsch und vögelten das Vieh. Da, da. Der eine schrie, ich kann nicht mehr. Der andere schrie, mein Sack ist leer. Und der letzte schrie dann. Die nächste Kur ist dran. Da, da. Da, da. Da, da, da. Ach, Junge, wir haben es schon nicht leist, wa? Aber guck mal, die Sonne ist aufgegangen. Die Sonne geht auf, ne? Ja. Jetzt sind wir sicher. Jetzt ist die Scheißland, der hat auch was. Komm, geh mal, wat, 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 wat schneller. Komm, Junge. Vielleicht kriegt man da in dem Sand den Nies auch hier so für das Pferd sauber zu machen. Ja, dann passt das. Ja. Wir scheinen untenrum das schon wieder loszureden. Was wachsen, die Haare am Sack wieder? Ja. Siehst du das nicht mal? Ja, ja. Komm. Wachsen, grüßt. Dann heirate ich dich wieder. Du heiratest dich wieder nicht. Ich bin immer macht ein Kind. Nein, du kriegst auch keine Kinder so früh. Bist du doof? Weißt du nicht, dass ich schon ein Kind machen kann? Ja, du kannst wahrscheinlich schon Kinder machen, wenn du schon Haare am Sack hast. Aber das macht man nicht so früh. Heute Morgen. Zelt hatte ich schon. Hatte ich schon noch ein Zelt. Alter, hast du ein Zelte gebaut heute Morgen? Ja. Ach du mal. Junge, du kommst, glaube ich, jetzt in die Puppateen oder bist schon drin, ne? Puppa? Ja, Puppa, Puppa. Ja, Puppa. Mit Pickel am Kopf und so weiter. Heute Morgen wurde ich direkt begrüßt. Was? Von wem? Ja, von hier unten. Wie hier unten? Von dem kleinen Indianer. Hat ein kleiner Indianer mit dir gesprochen? Oh ja. Der war ganz flugsweiter. Ich tue dir mal ein Tipp, wenn wir irgendwo sind, wie nachher in der Stadt, red nicht von deinem kleinen Indianer, dass er mit ihm redet ist und so, ne? Warum? Ja, das könnte komisch kommen. Okay. Ne. Nur so ein Tipp. Papa kann dir nicht immer, pass mal auf, ich bringe dir mal ein paar Weisheiten bei. Papa kann dir nicht immer aus der Scheiße helfen, weißt du? Okay. Ja, du musst dein Leben mal hier selber in den Griff kriegen, ne? Aber ich bin ja schon richtig groß. Ja. Vor allen Dingen lass den Alkohol aus dem Kopf, Junge. Er bringt nichts, ne? Ich hab nur eine Flasche vorhin. Und in meinem Laden hab ich mir nur ein bisschen getrunken. Ja. Oh, guck mal, da ist nicht mal ein Zwerfer, Papa. Wo? Ja, guck mal. Oh, schüttel. Oh, jetzt, guck mal, da ist das Einzige, was stehen bleibt. Papa, das mag ich nicht. Das mag mich, Papa. Ja, meinst du? Papa, bleib doch hier, bleib doch hier. Ach, Herr. Und, Junge, hast Erfolg? Das ist weg und auch. Ja, so ist das wie bei den Weibern, die laufen dann auch immer weg. Guck mal, da sind wieder die Einhornpferde. Oh, die sind auch... Ja, die können wir mit dem Bogen. Wirklich? Warte mal. Moment. Hast du mal einen Bogen geschossen, Junge? Nein, Papa. Ja. Und, Junge? Oh. Oh. Nein. Junge, komm her! Ich hab die ganze Familie ausgerottet. Was ist das? Huh? Oh, hier ist ein Bock. Hier. Warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Huh? Papa! Ja, warte ich. Hast du was getroffen? Ja, schon, aber... Ja? Ja? Ja, ja. Hä? Hast du ein Messer dabei? Komm. Ja. Ich schlitz den mal auf hier. Warte. Warte. Ist der auch schon tot? Gib den letzten Stich. Oh. Oh. Was ist? Oh. Aber Papa, ich glaub das Alpen noch. Wie echt? Warte. Geh mal weg. Ja. So, jetzt schlitz. Oh. Wo ist hin, Papa? Papa, wo ist hin? Hast du das schon eingepackt? Was? Was? Das weiß ich. Nein. Habe ich nicht eingebracht, Papa. Wer ist das für die Scheiße? Was? Das ist, glaub ich, das ist das... Das, glaub ich, das ist das Indianerland. Das ist verflucht hier. Meinst du? Ja, ich glaub, hier haben damals... Papa. Hier haben die Appalachien, glaub ich, hier wohnt. Die mit ihren Jamanen und so. Die haben bestimmt überall so Dododems und sowas aufgestellt. Ja. Und mit den Dodems? Ja, das sind heilige Tiere gewesen, glaub ich, hier. Komm, wir verpissen uns lieber. Okay. Komm, Gold. Ruhig. Ruhig. Komm, Junge. Ja. Ja. Ach so. Das... Das kann sein. Papa, Papa, bring dir das mal bei. Pass mal auf. Lass dich mal hier... Hier. Komm mal her. So. Pass mal auf. Sohn, komm mal her. Ich zeig dir jetzt die erste Lektion fürs Leben. Ja. Siehst du da vorne den Dornenbusch da? Die kackt die? Ja. Ja. Okay. Nimm deinen Bogen in die Hand, hast du, ne? Halt den gut fest, auch in der Mitte, ne? Ja, hab ich. Hast du den Pfeil eingelegt, ja, hast du? Ja, der ist jetzt drin. So, jetzt drück mal ganz fest in der Mitte und dann entspannt du das Ding mal richtig. Zieh den hoch, ja? Ja. Und dann mal Zunder geben. Und jetzt einfach... Einfach... Abbumsen hier. Okay. Siehst du? Oh, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Schön, Junge. Oh, der ist aber weit geflogen. Jetzt kannst du den Pfeil suchen gehen. Ach, das war... Komm nicht ohne wieder. Nein, das war ein Spaß. Komm her, du Bettsicker. Den findest du eh nie wieder. Au. Ach, du bist so doof. Du bist so ein Idiot. Oh, Papa, ich hab... Du hab so ein Ding da drin, Steck. Was hast du da drin? Ja, von diesem komischen Ding da. Von dem Stacheln? Oh, Papa, wenn ich ein Messer habe, dann würde ich an deiner Stelle mal einen Schritt zurückgeben. Warte mal, Papa, hilf dir. Warte. Tut das sehr weh? Wo hast du die Stacheln denn hängen? Im Finger? Nee, vorne im Köln. Ja, warte. Papa, hilf dir. Warte mal. Warte mal. So. Junge? Ja? Du war mit nach hier. Kannst du den bitte rausziehen? Ja, ich hält dir jetzt. Komm. Komm her hin. Ja. So, pass auf, Junge. Okay. Leg deinen... Leg deinen Finger hier auf das Holzbrett. Aufs Holzbrett. Ja? Ja. So, pass auf. Junge, ich erkläre dir jetzt, was ich mache. Ich werde jetzt mit meinem Messer langsam deinen Finger abhacken. Dann ist der Schlitter weg. Aber, Papa, da hab ich doch kein Finger mehr. Ja, brauchst du doch eh nicht zum Wichsen. Du brauchst doch keine fünf Finger, oder? Reichen doch nur vier. Ist doch klein. Aber mit der Frieda, Papa. Ach so, das ist der Finger. Ich sehe es gerade. Ja, das geht nicht, Papa. Ja, quats auf. Dann nimm mal den anderen Finger. Leg den anderen Finger drauf. Aber da steckt doch gar nichts drin, Papa. Ach so. Ja. Pass mal auf. Zieh den Finger mal in den Mund stecken. Und mit den Zähnen. Versuch den mal irgendwie rauszuziehen. Mit den Zähnen soll ich rausziehen. Oh Gott. Ja. Piddel mal dran mit den Zähnen. Ja. Und? Jetzt ist er abgebrochen, Papa. Steckt er noch drin? Ja, aber abgebrochen, Papa. Junge ist doch schlimmer als beim Geschlechtsverkehr hier. Du kriegst ja kaum noch raus hier. Wenn er einmal drin ist, ist er immer drin, ne? Der kommt doch wieder raus, oder? Ja, der wächst sich raus. Komm immer. Der wächst sich raus. Da passiert nichts. Wenn der Finger dick wird und schwarz, dann fällt der automatisch ab. Dann hast du eh keine Schmerzen mehr. Warte, der fällt ab, der Finger? Ja, kann passieren. Komm. Ich habe immer das Gefühl, wir kommen nie an. Ja, habe ich auch das Gefühl, Papa. Nimm mal das Messer aus der Hand, sonst stichst du noch deinen Pesel ab. So, komm. So, komm.